Sandhausen, deutsche Presseagentur, Minus-Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Kapitän Dennis Siegmeier um zwei weitere Jahre verlängert. Das gab der Klub kurz vor der Partie gegen Dynamo Dresden am Sonntag bekannt. Der 32 Jahre alte Defensivmann spielt seit Januar 2019 in Sandhausen. Als Kapitän und Publikumsliebling ist er am Hartetwald sowohl für die Mannschaft als auch neben dem Platz eine feste Größe geworden, sagte der sportliche Leiter der Badener Mikael Kabaka. Besonders zu erwähnen ist auch sein finanzielles Entgegenkommen bei der Vertragsverlängerung die sowohl für die zweite als auch für die dritte Liga gilt. Er möge das Fein zum Feld und freue sich etwas zurückgeben zu können indem ich dem Verein in dieser schwierigen Zeit entgegengekommen bin, erklärte Ex-Bundesliga-Profi Diegmeier.Kopyright Deutsche Presseagentur Info.com Deutsche Presseagentur www.220410998695462 Das ist die Frage.